So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors, letztes Mal, hatten wir sehr knappe Titanen-Missionen. Jetzt machen wir gleich die letzte, da oben. Dann haben wir alle vier weg. Wahrscheinlich kommen da neue, keine Ahnung, wir werden es sehen. Jedenfalls waren es sich sehr knapp. Vielleicht schaffen wir die jetzt mal auf Anhieb. Wäre ein Novum, die auf Anhieb zu schaffen. Wobei, die mit Varudania haben wir auf Anhieb geschafft. Also, wenn wir zwei auf Anhieb schaffen und zwei nicht, dann ist es auch okay. Schauen wir halt mal, was uns hier erwartet. Wir fliegen wieder eine Runde, auf jeden Fall. So. Okay, einfach Gegner beziehen. Auch hier wieder. Die konnte man auch mal wechseln. Achso. Ich musste auch was fadern. Okay, go. Alles am Boden, weg. Und in der Luft auch. Ich weiß gar nicht, was da von Bäumen ist und was Gegner lull. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Problem, die Energie sein wird am Ende. Bin mir noch nicht so sicher. Alter. Oha, ich bin auf der falschen Seite. Da drüben sind die Gegner. Da drüben sind die Gegner. Sehr schön. Sehr schön. Das macht ein Abflugkollege. So Jetzt müssen wir hier mal aufräumen Ich sehe schon, das Problem wird, wenn, dann hier, glaube ich, eher die Energie sein So schlecht, wie ich das spiele Ei, ei, ei Schön den Schild offen lassen, schön den Schild offen lassen Okay So, weg mit euch Alter Ist doch gut jetzt Oh shit, der Winterfluch ist wieder da Äh, ich bin tot Jo Okay, ich muss mehr auf die Energie achten Das war nix Das war nix, ich muss viel mehr auf die Energie achten Der Sturm hat mich leider böse weggezündet Äh, da hin Das war nix Alter, die geben mir böse Habe ich jetzt erwischt, die Typen? Naja, es geht so Es geht so, würde ich sagen, okay So, gehen wir mal rüber 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 Gott, weg mit dir Weg mit dir Aber die Energie ist schon wieder ziemlich ungeil, ne? Also, puh Sicher Ich hab so schnell, kann ich immer gar nicht reagieren Wie hier Wie hier Party ist einfach Das war nix Wo ich hinschießen wollte Scheiße Ich komm hier nicht so schnell Alter Ich sollte die, ja Ich sollte die aus ner anderen Äh Ich glaub ich sollte hier nicht rüberfliegen Ich sollte die von drüben bekämpfen Boah, die, die, die geht mir echt böse Na sowas Ich muss halt echt alles erledigen Was mir böse abziehen kann, ne? Das ist gar nicht so einfach Weil es so viel Zeug gibt Weil es so viel Zeug gibt, was mir weh tut So, das sieht doch jetzt mal ganz gut aus Die Fläche haben wir soweit erledigt, ne? Ja, sieht ganz okay aus Dann machen wir mal kehrt Sie müssen noch gefährlich sein, was mir Nerede ist es? Okay Okay Was ist das? Ich bin schlugge Was ist es? Okay Was ist das? Was ist das? Ich bin so einfach Det ist ja dass es das ist Ich bin so einfach Ich bin so einfach Aber du wheelstreich Ich bin so einfach So, weg mit dir. Ah ne, die sind oben, die sind oben, die sind oben. Weg mit euch, okay. So. Jetzt ganz vorsichtig wieder rüberfliegen. Ganz vorsichtig wieder rüberfliegen. Ich bin schon wieder so gefährlich in die Nähe jetzt. Ich darf da nicht rüberfliegen, das ist echt gut. Oh, da in der Luft. Die müssen alle weg. Okay, die sind weg. Oh, da in der Luft. Oh, da in der Luft. Mach dich weg, Kollege. Oh, da in der Luft. Okay. Okay. So. Den Flug werden wir schon mal los. Ah, ich komm nicht ran. So, jetzt. Okay, ich glaube, ich kann wieder rüberfliegen. Ich bin schon wieder rüberfliegen. Ich bin schon wieder rüberfliegen. Ich komm nicht so hoch. Ich komm nicht an die ran. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Alter, ich komm nicht an die ran, ne? So wahrscheinlich. Hier, hier, hier. Zack, so. Mein Gott, Hilfe. Ich bin schon wieder rüberfliegen. Mist. Ah, die Energie, ey. Ei, ei, ei. Ist die Mission zu schwer oder stelle ich mich echt dumm an? Man weiß es nicht so genau. Na, sowas. Gut. Alter. Du, Kollege, musst weg. Okay, so. Nein, das ist schon wieder vorbei. Ach, kacke. Wo kommt das her? Da unten. Ich bin doch. Ich bin doch. Alter! Das hat nicht gereicht, oh Mann, ey. So, weg mit euch. Mein Gott! So. Wir drehen einmal vorsichtig rum. Alter! Sicher? Diese Treffer in der Luft sind so böse. Okay. Okay. Einmal vorsichtig rüberziehen. Vorher die Luft reinigen. Okay. Okay. Die sind auch weg. Nein, 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 nein. Von irgendwo werde ich später angegriffen. Ah! Da unten! Ihr Mistviecher, ey. Boah! Boah! Ach, der ist auch schon wieder da. Mach dich weg! Da unten ist böse. Ich muss die ganzen Angriffe... Nein! Meine Energie ist schon wieder... Ah, nein! Ich komme hier nicht raus. Ich bin schon wieder voll gefangen hier. Der Kacke. Das sind viel zu viele Wächter. Ah, Mist. Ah! Diese Wächter da unten. Da, da muss ich... Ah, die muss ich wegmachen vorher. Nur wie muss ich die vorher wegmachen? Ah, das gibt's doch nicht. Na, sowas! Aber die krieg ich so immer fast nie. Alter, das ist... ...richtig böse. Wo sind die eigentlich jetzt in dem Moment? Die sind noch gar nicht da. Die tauchen erst auf, oder was? Da, der taucht einfach auf. Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das denn? Ja. Was soll das denn? Ja! Ah, du brauchst nicht zurückziehen. Ich hab dich sowieso fast erledigt. Mist, Ding. Nein, ich komm nicht rum. Ah, ich erwisch dich so nicht. So vielleicht? Ja, okay. So hab ich's erwischt. Oh Gott, ey. Dass man nicht anhalten kann mit dem Ding ist halt auch blöd, ne? Ich würd gern anhalten. Naja. So ein bisschen ist es anhalten. Es ist ein bisschen wie anhalten tatsächlich, ja. Aber ich komm zum Beispiel da an, die komm ich schwer nicht ran. Das ist doch kacke. Komm ich so ran? Ja. Okay. Immerhin. Stopp! Nicht so schnell, nicht so schnell. Alter! Mach mal keinen Stress, Jungs. Wo? Wo, 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 wo? Da unten! Aber dass die... Also diese komischen Wächter, die tauchen einfach immer irgendwie unter mir auf und dann kann ich nicht ausweichen. Was soll das denn? Ich bin schon wieder so gut wie tot, ne? Ich bin schon wieder so gut wie tot. Ich bin tot, schaffe ich nicht. Keine Chance. Keine Chance. Ich geh irgendwie... Ah, irgendwas mach ich völlig falsch. Aber ich hab Eis... Ah, Mann. Es ist halt ganz komisch, teilweise tauchen wir plötzlich Wächter unter mir auf. So wirkt es zumindest. Und dann, äh... Komme ich nicht weiter. Das Problem ist halt, du hast einmal... Du musst einmal in der... Habe ich jetzt alle erwischt, wenigstens hier unter... Alter! So, weckt euch. Ah, ich wollte gerade sagen. Dass du eigentlich keine richtige Chance hast. Diesen Schaden abzuwenden, das gibt es doch nicht. Zumindest wenn man es sich so anstellt wie ich halt. So, ich probier jetzt mal was. Kann ich von hier da drüben Sachen zerstören? Ich weiß nicht, ob das getan hat, was es sollte. Aber es hat irgendwas getan, auf jeden Fall. Weil wie viele Ausrufezeichen da einfach jetzt schon wieder aufgetaucht sind, ne? Ja, jetzt verzieht das nicht, natürlich. Ist schon recht. Drecks wie, ey. Da drüben ist die Party. So, aber jetzt geht es wieder hier los. Jetzt muss ich wieder... Ah, Mann! Jetzt habe ich wieder... Jetzt ist es wieder oben. Ich... Ich... Ich gehe unten hin. Ich werde von oben angegriffen. Ich gehe oben hin. Ich werde von unten angegriffen. Wo denn überall? Alter, ich hier. Ich habe gekloppt. Da unten ist es noch. Komme ich da ran? Ne. Jetzt, so, 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 so. Weg mit euch. Der muss auch noch weg. Der muss auch noch weg. Okay. Da, das meine ich. Jetzt tauchen die einfach hier auf, die Drecksäcke. Genau das war das, was vorhin auch das Problem war. Genau die Scheiße. Die tauchen einfach in meinem Hintern auf. Das ist doch wohl nicht normal. Das ist doch wohl nicht normal. So, komm. Wir müssen nur auf 3000 kommen. Wir müssen nur noch ein paar kleine noch erledigen. Wir haben die 3000 fast voll. Wir müssen nur noch ein paar kleine erledigen. Drei noch. Drei noch. Drei noch. Drei noch. Gott, was für eine Drecksmission. Die hat mich jetzt den ganzen Part gekostet. Alter, die möchte ich den Blutmund spielen. Puh. Okay. Okay, das war das. Aber das, die halt, ne? Die, die ersten, die Wächte unter dem Fiekspornen und dann schießen die mit Laser dagegen und du hast einfach gleich mal deine komplette Herzreihe weg. Junge, 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 Junge. So. Wahre Stärke. Okay. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist nichts mehr mit wahre Stärke. Jetzt ist, äh, Feierabend. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Das. tsch. Soo. tsch.